Links mein alter Roller, rechts mein neuer Roller. Erstmal zu denen. Optisch scheiße sieht er aus. Aber kaum am Hardside ist geil. Naja. Geile Griffe. Jetzt sind neun. Hammergeil. Vier Lichter. Geile Felgen. Sportserie ist. Und jetzt sind wir zu Ort. Erst der Alte. Hört zu. Springt schlecht an. Spannung. 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 75 km Fahr, Spitzengeleistung. Jetzt zum neuen. Spitzenleistung 30 kmh, wow, aber trotzdem, der neue ist geiler.